Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge meines NBA 2K15 Let's Plays. Ich bin Italien, ihr schaut Freeplay Games for You. Und mal gucken, ob wir jetzt eine kleine Serie aufbauen können oder nicht. Bin mal gespannt. Hab ja gestern wieder mal einen Sieg eingefahren. Unglaublich, aber wahr. Und am liebsten würde ich nur noch siegen, wie man sich vorstellen kann. So, ab zum nächsten Match. Gegen Toronto spielen wir auch, okay. Vor Dallas habe ich ein bisschen Angst. Haben wir schon gegen die Lakers gespielt? Ich glaube nicht, oder? Oh, Umkleidekabine. Was sieht jetzt aus? Okay, Coach. War der richtige Coach mal in der Kabine? Lustigerweise. Aber ist auch krass, ne? Er als Coach, obwohl er gar nicht mehr da ist, meint er, ich kenne die voll gut. Was ist, wenn der neue Coach die total umgestellt hat? Ist ja quasi so, als ob ein Coach wirklich so seinen bleibenden Eindruck hinterlassen würde, dann ist ja diese ganze Schleudersitz-Mentalität in der Bundesliga und Co. total für den Hintern, weil das ja sowieso noch ellenlange Nachwirkungen hat, was der Coach verbockt hat, in Anführungszeichen. wenn er es denn selber verbockt hat und nicht irgendein anderer es war. Oh nein, ich hasse die Mannschaft. Sehr gut. Die Clippers. Sehr gut. Zweiten musst du auch noch treffen, Junge. Oh, gut. Perfekt. Hab schon Angst gehabt gerade. Sehr gut. Der spielt heute richtig gut, Bargnani. Danke. Wow, fuck, jetzt hab ich den ersten Turnover gemacht. Scheiße. Oh Gott. Und der Sitz. Sehr gut. Wenigstens sind wir in Führung gegangen. Aufpassen hier. Aufpassen hier. Scheiße, Mann. Egal, macht nix Wenn wir dem schon den Rebound schenken, dann kommen wir uns doch nicht wundern Sehr gut Läuft gerade, hoffen wir, dass es auch so bleibt Das erste Viertel ist sehr bekanntlich mitentscheidend bei uns Scheiße Drei Steals ist natürlich richtig nice Sehr gut Wenn ich richtig mitgezählt habe, hat er jetzt schon 6 Punkte gemacht Nix da Paul Das gibt's doch gar nicht, ey Können die uns denn die Rebound wegnehmen Danke Oh fuck, wir hatten uns geklaut, scheiße man Ich hab gedacht, es wird sicherer Coop Oh nein Können sie sogar 11 Punkte machen Scheiße ey So ärgerlich Und bisher haben wir's heute nicht einmal geschaffen Rebound zu machen, so lächerlich Was geht hier ab, aber schon 2 Turnover Der macht nur Punkte, was ist heute los mit dem? Sonst hat er doch nen Kack knack, ey Sehr gut Aber ich schwärme schnell Immerhin bringt er uns noch näher ran Hm Wir müssen Rebounds killen wieder mal Oh scheiße Macht er einfach die Punkte Gibt's doch gar net Kacke Total Ausfall für mich hier im ersten Viertel Oh nein Nein Stoudemeyer's checked in for Bargnani Smith comes in for Anthony Amon Shepard's checked in for Hardaway And it's Larkin in for Jose Coltero Scheiße Gibt's doch gar net, oder Ja Rebounded Oh nein Nein Das geht so nicht Als ob der Ball verhext wäre, ne? Der hätte locker mal reingehen müssen Ok, Rebound läuft, Smith hier kriegt's nen Ball Danke dir Junge Junge Ja Den Eindruck hab ich da auch, man Bin total kalt Egal Egal Kommt, wir kriegen das schon hin Wir haben noch 18 Sekunden In letzter Sekunde, jawohl In letzter Sekunde, jawohl Sehr gut Sehr gut Sehr gut Zählt das eigentlich, ähm Der letzte Kontakt auch am Glas Oder nur am Rim Oder wann er wirklich drin ist Das weiß ich nicht 12 Punkte Unterschied halt, ne? Und doch noch ein paar Rebounds bekommen Aber es fuchst mich immer noch, dass wir bei den Rebounds hier so aufgeschlagen worden sind Gerade bei den Defensiv Rebounds Hier ist Riff Und hier ist Smith Und der best 2 Little General Stadamaia Drittes Turnover Alles was wir uns grad wieder gekämpft haben, haben sie uns genommen Smith Das war scheiße Junge mann! Oh Gott! Gut Chumpert! So gut Junge! Ich hätte eigentlich auf der rechten Seite mitgehen müssen. Ist mir gerade aufgefallen, wo der andere gelaufen ist. Timeout gecalled. Die Clippers aber. Bleiben wir drinnen? Ich seh's nicht. Ne, wir sind ausgewechselt. Keine Anweisung. Oh shit! Neun Punkte zurück auf einmal. Eine Minute 27 noch. Frag mich immer wie sowas sein kann. Super Anthony! Nee! Super! Sieben Punkte jetzt halt. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir hier powern. 50 Sekunden noch. Ohhhh, Halli-Hu-Bleck mich doch! Weil ich es unbedingt gewollt habe, ne? Scheiße, ey, ich sag doch, wir müssen Rebounds irgendwie noch machen. Das gibt's doch gar nicht. Los, mach'n Wurf, mach'n Wurf. Scheiße, elf Punkte, was ist denn hier los, ey? Boah, so was Bitteres. Du bist schuld, Mann, du Kackvogel. Nix natural. Du bist schuld, Mann, du bist. Hey, fellas, let's go over what happened in the first half. It wasn't what we had in mind, but there's plenty of time to get things straightened out. The amount of scoring we got from close range was great. Keep looking to make those quick-fire entry passes. It's hard to argue with a bunch of layups and six-footers. And I know we've got work to do, but let's not start pressing and trying to do too much. That'll only make things harder on us. For the third quarter, we have got to utilize our pick and roll and in a big way. We can make up some ground quickly if we do, and it will help us establish a rhythm. We're facing a team that does a lot of things well. No surprise, they gave us problems in the first half. Now it's our turn to show them what we do. No, hoffentlich nicht. Das Beste, was wir bisher gemacht haben, ist verlieren. Und da waren wir richtig gut drin. So, Rückstand auf 5 oder weniger verringern, sind 4 Minuten Zeit. Okay, dann lass mich aber auf 4 Minuten drin, du Kackvogel. Scheiße. Mach nix. Mach nix. Ja! Letzte Sekunde gefasst, ey. Sehr gut. Ich hab nicht damit gerechnet, dass er passt. Ach, wir haben ja nur in der letzten Saison gegen die gespielt. Seht ihr mal. Ich hab gedacht, wir hätten schon mit den nix gegen die gespielt. Oh nein, jetzt wird mir das doch noch angekreidet, weil er extra Chancen bekommt. Komm, komm, komm. Oh, der macht's auch noch. Der hat's gemacht, der hat's gemacht. Zum Glück auch kein Foul von mir. Paul ist da umgefallen. Timeout gecallt. Ich denke, wir werden wieder eingewechselt. Ja. Immer noch Rückstand verkürzen. Ja. Ohhhhhhh. Scheiße man. Der andere macht einen Foul aber ich hab Punkte erlaubt oder was? Wissst du mich verarscht? Kann doch nicht sein dass die Coupen hier die ganze Zeit schon sind. auf 3 Punkte bekommen. Wie sollen wir da verkürzen? 15 Punkte Vorsprung. Jawohl! Einfach mal geworfen gehabt. Weiter aufpassen. Wo habe ich denn Punkte erlaubt? Scheißdreck habe ich erlaubt, man. Meine Hand war in seinem Gesicht. Kackvögel. Scheiße. Laufen, 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 laufen. Und hat es gemacht. Sehr schön. Super. Super. Jawohl, geblockt. Scheiße. Mann. Es war kein Block, es war ein Rebound, warum auch immer. So viel zum Thema, die können entscheidend, was sich hier macht, ne? Sehr gut. Oh nein! Wie kannst du denn ausstehen, du Fackvogel, ey? Das geht doch gar nicht. Und Stottemeyer gefoult. Mann ey, wie mich das aufregt gerade. Scheiße. Sehr gut. Scheiße, Mann. Wollt ihr mich verarschen. Wir spielen jetzt wieder nur unser Spiel. Wir achten nicht auf Punkte und hast du nicht gesehen. Sondern wir gucken, dass wir irgendwie unser Spiel durchsetzen. Blablabla. 10 Minus, du Kack-Coach, Mann. Ist der nicht so ein Kackvogel? Würden wir besser dastehen. Und hat ihn gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Ich meine, wir haben immer noch ein Viertel und hier auch noch vor allen Dingen eineinhalb Minuten fast. Über. Wir könnten was reißen. Wir müssen nur gucken, dass wir endlich mal zu Potte kommen. Können nicht nur darauf spekulieren, dass wir Teams bekommen, die noch schlechter drauf sind als wir. Komm, mach jetzt was. Und er hat's geschafft. Sehr gut. Komm, sie kriegen das hin. Good. Ball, bei Larkin. Nein. Mm. Da. richtig wichtig. Huh. Frühling. Bruder. imientos Larkin. Can Musik supportive das Navigungs Centre! Scheiße. Oh Gott, ich hab keine Ahnung. 16 Punkte, ey. Das Einzige, das gucken wir uns gar nicht erst an. Oh, das sieht toll, jetzt sind wir ausgewechselt von vornherein. Mit 17 Punkten Rückstand. Tolle Wurst. Wir müssen von Anfang an jetzt rein, du Katrungel. Lass mich rein, du Arsch. Sehr gut. Wieder 15 Punkte Unterschied. Wir rennen uns jetzt den Arsch ab. Und spielen so krass wie wir können. Gutes Foul, sehr schön. Ah, er hat's getroffen, schade. Aber wenn er den jetzt nicht treffen sollte, dann wär's perfekt. Er hat aber beide getroffen und das ohne Probleme. Hier ging butterweich rein. Koend Akbücher. Oh ne setz. Oh ne setz. Oh ne setz. Komm, komm, komm. Super! Scheiße ey! Er hat halt besser dargestanden als ich letztendlich. Bisschen Druck machen. Dem jungen Mann. Das Problem ist, das war jetzt ein Ballbesitz, den wir eigentlich hätten zu 100% machen müssen. Scheiße! Ah, den Eindruck habe ich auch, dass die Defense einfach nix gemacht hat. Oh fuck you, passt doch zum Gegner direkt. Zwanzig Punkte. Gehen wir ab. Scheiße. Oh man, ey. Wie wir hier nass gemacht werden, ist so lächerlich. So schlecht einfach nur. Wir sind aber nicht die einzig schlechten hier im Team, offensichtlich. Wenn ich mir überlege, dass Anthony letztes Jahr mit der beste Scorer überhaupt war. Und dieses Jahr überhaupt nix von ihm kommt. Schlichtweg lächerlich schon. Wegen Bagnani kannst du nicht sagen, der hat gute Punkte gemacht, an dem liegt's nett. Ja. Das Spiel wurde am Glas entschieden. Mhm. Super. Foul bekommen. Immerhin eins im ganzen Spiel. Scheiße. Scheiße. Symptomatisch, ey. Symptomatisch für das gesamte Spiel. Scheiße. Boah. Wir haben so eine krasse Defense. Wir haben so eine krasse Defense. Super. Super. 22 Sekunden noch. Das können wir noch verlieren. Ja. Wir lassen jetzt die Zeit runterlaufen sie. Scheißegal. Oh man, was ein Kack, ey. Ja. Bla bla bla. 695. So gut wie überhaupt nix, ey. Was ein Dreck. Oh man, hoffentlich passiert nix irgendwie im Arenatunnel. Hast du nicht gesehen? Ey, du warst um ein Stück Scheiße, ey. Dann muss ich eigentlich, müsste ich sagen, ey, du warst auch Kacke. Keine Ahnung. Ah gut, ist nix passiert. Da wird so ein Mamamaman Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich für's zusehen und sag tschau tschau bis zum nächsten Mal.